Musik 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 Und dann das wichtigste Teil, das heute dazu kommt, ist die Akkubohrmaschine. Sie ist heute fantastisch leicht und mit einer grossen Autonomie. Musik 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 Aufzugrichtung in die Achse ist vom Bolzen, nicht dass es seitlich ist, weil wenn man bei einem Sturz zieht es dann ja der gleiche in die richtige Richtung und löst in diesem Moment eben je nachdem das Mütterchen schon wieder ein bisschen. Das ist zum Beispiel so ein Tool, das ist jetzt nicht offensichtlich, man sieht es dann wahrscheinlich nachher noch, wie das funktioniert. Das ist zum Abbrechen von den alten Bolzen. Also hier sieht man jetzt, das ist eine Route, die wegen der rostigen Material praktisch nichts mehr gemacht ist worden. Und was nachher passiert, sieht man, die Vegetation kommt wieder zurück. So, dann haben wir noch den Bläser nachher für den Herd, wenn er trocken ist, rauszublasen. Also die Putzerei nimmt wahnsinnig viel Zeit.